Musik In unserer kleinen Reihe Heilpflanzen aus Gottes Apotheke geht es heute um einen Booster für unser Immunsystem. Wir werden einen Ingwer-Shot zubereiten. Ich nenne ihn Variante A. In einem zweiten Teil kommt dann auch Knoblauch zum Einsatz. Ich nenne ihn Variante A. 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 Und teilt das Video damit noch mehr darüber erfahren. Wie immer haben wir im Blog auch den ganzen Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Ich nenne ihn Variante A. Ich nenne ihn Variante A. Ich nenne ihn Variante A.